Kann man meiner sagen, warum immer die Feinde die Epic fucking OP-Gems kriegen? Wir machen die Feinde Lux und Nidalee. Finde ich schon wieder überhaupt nicht cool. Oh, ein Gackers mit Doratschild! Gott, steh mir bei! Ich mit Doratschild! Du hast mich grad null AP. Halt auf der Straße. Null AP. Ich habe 30 Sekunden bis die Minions geboren. Getroffen. Das war so klar. M-Mais? Nicht bei uns. Okay, Narvis. Getroffen. Los. Hau dir schon seinen ersten Hilipod rein? Warum nicht? Minions haben spawned. Es gibt wirklich kein einziges Game, wo ich nicht homeragen kann. Weil meine Mates einfach so behindert kriegt er mit Puts an. Naja, gut. Bei Lux und Nidalee trotzdem. Hättet er sich ruhig einen Dorans drin kaufen können. Gut, ich carry das. Kein Problem. Ich habe es jetzt immer gemacht. Und mit Ticks an der Seite kann auch nichts passieren. Und mit Ticks an der Seite kann auch nichts passieren. Schade, wäre das ein Crit gewesen? Nein, ich habe ein Glück. Schade, wäre das ein Crit gewesen? Bleib stehen. Kein Problem. Okay. Stop taking my minions, bitches. Ey, sag mal, bist du bescheuert oder so? Ich hätte deine eigenen Minions, du Bastard. Warum sollte man ausweichen? Absolut überbewertet. So was sollte man reporten können, ohne Scheiß. So was sollte man reporten können, ohne Scheiß. So tot. So tot. So tot. So tot. So tot. So tot. nicht zu glauben wie hol die leute sind genau, hauen sie schon hier raus nicht zu kommen nicht zu kommen nicht zu kommen nicht zu kommen Ihr einzigartig von mir, was so lebt! Kräftig zu uns! Oh, der hilft schon wieder! Ochohohohohohohohoho! Wirklich! Der Frage des Lobster. Okay, kein Problem, das wir geholfen! Oh. Das ist eine dritte Falle. Ich glaub das war jetzt Time, dass die Trap refused hat. Das war jetzt. 0 0 ap wir kommen mit auf die idee gragas ohne ap zu spielen und ich genauso ein ally wurde geschlagnet, ein enemy wurde geschlagnet, ein enemy wurde geschlagnet, ein enemy wurde geschlagnet du bist ein schweig? nicht auf die schweig du bist nicht unter dem schweig Das war's für heute. Das ist interessant. Das ist eine große Herausforderung. Das ist gut. Das war's für heute. Unstoppable. An enemy has been slaved. Wanna see a hat trick? What? Unstoppable. Your team has destroyed your pain. I can see. Ah! No man! Ah, I wish that I didn't finish. No way to find the way. 34 live noch die hat hier holt ihr müsst jetzt aufpassen wenn auch nicht ganz du bist so tot die müsste einfach mal wenn der mensch bei einwerfen genau so sicher nur kommend nur kommend die macht es muss 19 verknüpft k k k k k Äh... Autsch! Das ist auch nicht so eine gute Idee. Mein Gott, irgendwie komm ich mir nicht klar. Fuck! Fuck! Keine Rüsen mehr! Fuck! Keine Rüsen mehr! Es läuft. Hmh... Ey, Raga ist full live und er hilft mir nicht. Idiot. Hallo Alter, spiele ich hier alleine? Ich habe so langsam das Gefühl. Was bist du, Ilu? Komm, wir haben den Schwer. Komm, wir haben den Schwer. Komm, wir haben den Schwer. Schwer. Ich hoffe, ich werde inheritance. langweilig da hat sie mich erwischt du hast hier oben ich geh mal schnell hin okay egal macht nix ich frage ich immer von dem ob ich die leute töten soll ich bin weniger wichtig davor du hast einen Reis hinter mir hm ich hatte jetzt mal ein bisschen ap durch bohr feite doch heute doch ihr kommt da nicht mehr weg ihr kommt da nicht mehr weg jetzt sind die schlecht okay ich sag wieder mein 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 wort die kommt da nicht weg hätte die auf gargab geschossen zeigen sie nur wie ich das jetzt in life kommt töten wir die ohne die nicht mehr nicht mehr das ist nicht mehr noch nicht mehr die 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 nicht mehr die nicht mehr die sind die Was ist das? Was habe ich dazu zu sagen? Nichts. Schön sehen wir, wie kann man Luxus so verschandeln an Items. Echt schon eine Schande, wie manche Leute, die Champs spielen, findet ihr nicht auch?